Das Video hier zeigt, wie Ali und Ana Abu Laban in verschiedenen Räumen tanzen. Die Überschrift, wenn deine Beziehung dramafrei ist. Doch wie immer gesagt wird, nicht alles ist, wie es scheint. Gerade auf Social Media. Denn nur ein paar Monate später tötet der TikTok-Star seine Frau, weil sie mit einem anderen Mann geredet hat. Ali Abu Laban, auf TikTok bekannt als Jin Kid, hat auf TikTok mehr als 900.000 Follower. Hauptsächlich lädt er kurze Comedy-Clips hoch, in denen er Tony Montana oder Charaktere aus Skyrim nachmacht. Manchmal ist in den Videos auch seine 29-jährige Frau, Anna Abu Laban, zu sehen. Wobei Frau wahrscheinlich nicht mehr der richtige Ausdruck ist. Die beiden sind zwar auf dem Papier noch verheiratet, aber Aussagen von Freunden aus dem näheren Umfeld nach, haben sie nicht mehr zusammen gelebt. Anna Abu Laban hätte die Beziehung schon hinter sich gelassen, und das schon seit einiger Zeit. Der Grund dafür sei häusliche Gewalt gewesen. Und dass Ali Abu Laban sie mit mehreren Frauen betrogen hätte. Ersteres ist durch Zeugenaussagen mehr oder weniger gesichert. Denn anscheinend hat Anna, ungefähr einen Monat vor der grausamen Tat, bei den Nachbarn gegenüber geklopft und sie gefragt, ob sie die Polizei rufen können. Anna soll gesagt haben, dass Ali sie geschlagen hat. Sie selbst konnte die Polizei nicht rufen, weil Ali ihr Handy konfisziert hat und es ihr nicht wiedergeben wollte. Wahrscheinlich, weil er Angst hatte, dass sie eben das tut, worum sie die Nachbarn gebeten hat. Die Polizei zu rufen. Tatsächlich kam im Nachhinein auch raus, dass die Polizei mehrfach zu den beiden nach Hause gerufen wurde. Insgesamt gab es neun Anrufe. Wie oft sie wirklich dort waren, weiß man nicht. Aber Ali Abu Laban war der Polizei dementsprechend bekannt. Trotzdem wurde er nie festgenommen oder verhört. Warum nicht, das weiß man nicht. Vielleicht, weil Anna dann doch zurückgerudert oder weil die Polizei erst gar nicht rausgefahren ist. Und ersteres soll kein Victim-Blaming sein. Häusliche Gewalt ist ein komplexes Thema. Und ich wollte damit nur sagen, dass es nachvollziehbar gewesen wäre, wenn sie zurückgerudert wäre. Denn die Angst, die sie gehabt haben muss, von noch schlimmeren Eskapaden Alis, kann man nicht erahnen. Die beiden hatten nämlich sogar eine gemeinsame Tochter. Sie war fünf Jahre alt und das hat das Ganze natürlich noch komplizierter gemacht. Vielleicht hatte sie sogar Angst davor, dass Ali ihrer Tochter etwas antun könnte. Eine Freundin von Anna hat der Polizei auch gesagt, dass sie eine einstweilige Verfügung gegen Ali erwirken wollte. Aber es ging nie eine bei der Polizei ein. Wahrscheinlich, weil die beiden irgendwann nicht mehr zusammen gewohnt haben. Das habe ich am Anfang des Videos schon erwähnt. Anna hatte sich nämlich aus den Fängen von Ali befreien können. Das dachte sie zumindest. Denn Ali ist ausgezogen und hat in ein Hotel eingecheckt und dort gelebt. Was Anna aber nicht wusste war, dass Ali Abu Laban heimlich eine Kopie von ihrem Schlüssel gemacht hat. Am 21. Oktober 2021 hat Anna ihre Wohnung verlassen. In der Zeit ist Ali in die Wohnung und hat sie verwüstet. Aber nicht nur das. Er hat auch eine App auf dem iPad ihrer gemeinsamen Tochter installiert, mit der er sie live abhören konnte. Also sowas wie eine Wanze. Danach ist er nach Hause und hat zugehört, was Anna so im Apartment macht. Und irgendwann hat er Anna und einen Mann lachen gehört. Das war anscheinend genau der Grund, den er gesucht hat, um seine Eifersucht und seinem je zornfreien Lauf zu lassen. Er hat sofort eine geladene Waffe eingepackt, ist ins Auto gestiegen und zum Apartment von ihr gefahren. Mit dem Schlüssel, den er ja heimlich kopieren lassen hat, ist er ins Apartment und hat seine Frau mit einem Mann auf der Couch sitzen sehen. Der Mann hatte seinen Arm um Anna gelegt. Das hat anscheinend das Fass zum Überlaufen gebracht. Und Ali hat vier Kugeln abgefeuert. Drei davon trafen den Mann. Jeweils eine in die Stirn, Wange und in den Hals. Die letzte Kugel feuerte er auf Anna ab. Beide waren sofort tot. Um 3.10 Uhr hat er dann selbst die Polizei angerufen. Aber nicht um die Tat zu gestehen, sondern um zu sagen, dass er die beiden tot im Wohnzimmer aufgefunden hat. Die Polizei hat gesagt, er solle da bleiben. Aber er sagte, er hätte noch etwas zu tun und müsse deswegen gehen. Und das tat er dann auch. Er hat die Wohnung verlassen, ist zur Schule seiner Tochter gefahren und hat sie dort eingesammelt. Die Polizei ist währenddessen ins Apartment und hat Anna Abu Laban und den 29-jährigen Ray Byrne Barron tot aufgefunden. Den Ermittlern war relativ schnell klar, dass Ali Abu Laban für die Tat verantwortlich ist. Deswegen fahndeten sie direkt nach ihm. Tatsächlich wurde er noch am gleichen Tag gefunden. Bei ihm seine Tochter. Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler Beweise fanden, die sie in ihrer Theorie bestärkten und Ali belasteten. Er hat anscheinend nicht nur seiner Tochter erzählt, dass er ihrer Mutter wehgetan hat, sondern hat die Tat in einem Anruf an seine Mutter auch gestanden. Beim ersten Verhör auf der Polizeistation tat er das Gleiche. Also er gestand sogar der Polizei, dass er für die Tat verantwortlich ist. Aber diese Aussage änderte er danach. Später sagte er, dass die beiden schon tot waren, als er dort angekommen ist. Bei dieser Version blieb er ab diesem Zeitpunkt auch. Die Beweise lagen aber auf der Hand. Deswegen wurde Ali Abu Laban wegen des Mordes an Anna Abu Laban und Rayburn Barron angeklagt. Die ersten Verhandlungen waren im Januar 2022, aber sie halten noch an. Ali Abu Laban plädiert auf nicht schuldig. Der Grund dafür seien die besonderen Umstände der Tat. Was genau damit gemeint ist, wird nicht weiter ausgeführt. Das spielt wahrscheinlich aber auch keine Rolle. Denn die Chancen, dass er verurteilt wird, sind so hoch, dass man fast von sicher sprechen kann. Und sollte er verurteilt werden, wäre es rein theoretisch möglich, dass er die Todesstrafe bekommt. Aber selbst wenn, dann wird diese in New York nicht mehr ausgeführt. Also sie wird noch als Urteil ausgesprochen, aber nicht mehr als das. So oder so gehen Ali Abu Laban die Verhandlungen sehr an die Nerven. Er sagt im Gericht selbst bemitleidend, mein Leben ist zerstört. Narzisstischer könnte man glaube ich nicht sein. Die Richterin hat jetzt schon eine Schutzordnung verlauten lassen, in der Ali verboten wird, seine Tochter zu kontaktieren. Sie wird ab jetzt bei Familienmitgliedern leben. Weit weg von Ali. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was sind eure Gedanken zu dem Fall? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Sollte ich irgendwelche Informationen vergessen haben, schreibt mir die natürlich auch gerne. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann hinterlasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Eigentlich sollte das Video hier auf dem neuen Zweitkanal in Solito Crime News kommen. Aber es ist dann doch länger geworden als gedacht. Aber auf in Solito Crime News werden jetzt immer Videos kommen. Gerade Updates und kürzere Fälle, die zu kurz für den Hauptkanal sind. Zur Transparenz, YouTube belohnt einfach längere Videos. Deswegen würden kürzere Videos dem Hauptkanal eher schaden. Da ich euch die Informationen und Fälle aber nicht vorenthalten möchte, habe ich mir gedacht, dass ein zweiter Kanal keine schlechte Idee ist. Den Link dazu findet ihr in der Infobox und als angepinnten Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Es ist sogar schon ein Video an. Ein Update zu Sonja Engelbrecht. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann. Gute Nacht und bis dann.